Wow, ihr vier seid die besten Freunde aller Zeiten. Und weißt du auch, was so tolle Freunde wie du verdient haben? Ein Zeichen der Freundschaft! Er hat ein Power-Kristall! Deckung! Augenblicke später war die Halle der Freundschaft erbaut. Timmy freute sich auf ein Spielchen mit seinen Superfreunden. Das ist der Superfreunde-Problem-Lösungskomputer. Wozu soll der gut sein? In dem Cell passiert doch nie und nimmer was Schlimmes. Superfreunde, da kommt deine Katze nicht mehr vom Baum. Rumpel, ist doch nur eine Katze. Die Feuerwehr holt sie schon runter. Die Superfreunde verloren keine Zeit. Denn sobald sie einen Hilferuf annehmen, eilen sie sogleich herbei. Dem Universum sei Dank. Willy und seine Wahle sind auch da. Wir sind alle zusammen. Habt ihr die Hose gebügelt? Deine Delfine eingeölt? Dir die Laufstiefel geputzt? Und hier ist das Fledermaus-Magazin, das du bestellt hattest. Können wir jetzt endlich irgendwas gemeinsam unternehmen? Als Freunde? Klar! Mach schon, Timmy. Nur noch ein paar Stufen. Es reicht! Ihr kommandiert mich die ganze Zeit rum und lasst euch von mir bedienen. Ich hab nicht mal ein Kostüm bekommen. Ach so, warum hast du das nicht gleich gesagt? Nein! Ihr habt mich falsch verstanden. Freunde behandeln ihre Freunde nicht wie Leibeigene oder Angestellte oder... so wie ich früher meine alten Freunde behandelt hab. Kein Wunder, dass sie die Vier gegen Timmy Front gegründet haben. Die Vier gegen Timmy Front? Für mich klingt das ziemlich feindselig. Ich hoffe, sie befinden sich in der Nähe der Küste. Diese Vier gegen Timmy Front muss daran gehindert werden, einen Plan auszuhacken, der sie die Galaxie beherrscht lässt. Oder einen Pool. Zumindest einen Brunnen. Was? Nein! Sie waren meine Freunde. Sie wollten, dass du genau das denkst. Ich drücke mal auf die bunten wie zufällig blinkenden Knöpfe, um ihre Position zu lokalisieren. Einem Becken. Einem feuchten Schwamm. Gib mir irgendeinen Tipp. Einen feuchten Tipp. Oh nein! Sie sind auf der Jagd nach Chester, AJ, Sanjay und Elmer. Die wollen sie erledigen. Wenn wir sie erwischen, werden ihnen meine Freunde aus der Tiefe eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Ich war ekelhaft zu meinen Freunden und mein Wunsch war auch Mist. Ich war ekelhaft zu meinen Freunden und mein Wunsch war.